Es ist frei. Hör auf damit! Was ist mit dir? Hallo? Mrs. Taylor? Ja? Wissen Sie, wer hier spricht? Ja. Erinnern Sie sich an unseren Notfallplan? Mrs. Taylor? Ich bin da. Der Notfallplan. Wir müssen leider darauf umschalten. Sie meinen doch nicht... Doch, genau das. Sie sind wieder auf der ursprünglichen Planung. Sie müssen sofort verschwinden und zu unserem vereinbarten Treffpunkt kommen. Das ist verrückt. Ich habe alles getan, was ich konnte. Was glaube ich Ihnen? Was für eine Scheiße ist das denn hier? Sie haben sich umentschieden. Warum weiß ich auch nicht. Wollen Sie sagen, dass ich mir das hier umsonst angetan habe? Mrs. Taylor. Ich kann Ihnen leider nur sagen, dass Sie jetzt aufhören sollten. Ich bin fertig. Mit dem Schwanz. Okay. Oh Gott. Larry. Wo ist der? Sagen Sie mir, dass es Ihnen gut geht. Er ist hier bei mir. Sie können ihn jetzt sprechen. Becky? Oh Gott. Larry, das alles hier tut mir so leid. Nein, 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 nein. Mir tut es leid. Es ist mein Fehler. Mich wollten sie haben. Oh, Larry. Wie lange weißt du von der Geschichte? Warum hast du nichts gesagt? Ich konnte es auch nicht. Warum nicht? Damit du es der Polizei erzählst. Die hätten doch auch nichts unternommen. Gar nichts. Wenn solche Leute erst mal hinter dir her sind, dann kriegen sie dich auch. Polizei hin oder her. Sie werden sich durchkämpfen, bestechen, Gewalt anwenden, damit sie dich kriegen. Sie werden jedes Mittel anwenden, egal was die Polizei tut. Und dann werden sie dich töten. Also habe ich diesen Deal gemacht. Diese Frau, bei der du gerade bist, ist unsere einzige Chance. Weil sie zu ihnen gehört. Sie ist die einzige, die weiß, was zu tun ist, wenn wir am Leben bleiben wollen. Du vertraust ihr? Ja, das tue ich. Becky. Was musstest du tun? Frag lieber nicht, Baby. Aber ich habe alles nur gemacht, damit wir zusammenbleiben können. Das ist das Einzige, was zählt. Nein, nein, du hast recht. Vollkommen recht. Lass uns nicht mehr darüber sprechen. Du hast getan, was du tun musstest. Ich habe es für dich getan. Für uns, Larry. Ich hoffe, ihr habt euch das gut überlegt. Ich kann nämlich nicht klar denken. Es ist alles gut durchdacht. In ein paar Stunden sind wir raus aus dem Schlamassel. Okay, mein Schatz. Ich liebe dich, Larry. Ich liebe dich auch, Becky. Ich liebe dich mehr als alles andere. Ich weiß, Larry. Ich weiß. Und bald sind wir wieder zusammen. Ganz bestimmt. Ja, Becky. Ciao. Bis dann. Sie haben sehr viel Glück gehabt, Mr. Taylor. Das weiß ich. Sie haben viel Glück gehabt. Ich weiß, verw temu le criticizing.